. . Das ist wohl so scheißhaft. Hallo! Ich steig immer so mit meinem Motorrad. Brauch ich mehr? Ja. Alles gut. . . . . . . . . Ja egal, du kriegst kein Wechselgeld jetzt. Da fiebst du schon überdurchschnittlich dämlich aus. . 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 Beim Frühstück spielt die Form und Legierung der Ersatzteile für den Tagesablauf eine wichtige Rolle. Hmmmm. Das ist doch so gefährlich. Auf Kaffee? Ich gebe dir Zucker. Ja, hier Daniel, ich gebe dir Zucker. Stopp, stopp! Oh, ich hab... Nee, du Sack! Du musst das spielen! Du musst das spielen! Einfach spielen! Wir schreiben heute ja die Klausur. Viele kennen die hier. Das sind ja einige Wiederholer heute. Es wird genauso schwer wie letztes Mal. Was wolltest du sagen? Hallo, ich liebe dich! Bist du behindert? Ich bin behindert. Das ist echt! Scheiße! Ich wollte erfahren... Beim Frühstück spielt die Form und Legierung der Ersatzteile... Beim Frühstück... Jetzt... Ich will schneller und härter! Los! Yeah! Hase! Hallo und willkommen zurück! Wir haben uns zu kontaktieren... Die Muskeln... Die Muskeln... Sieht das scheiße aus! Das ist so mega kacke! Der Ostdeutsche ist natürlich auch unterteiler! Yeah! Das ist der Masashi! Fettbüche geworden! Heuuun! Habe ich den Messerack gesehen?! Bist du seareschief?! Ja, ich bin bet � of schief! Den Chopper-Fahrern, die an den Halbhallen... Mann! Halb... Das läuft nicht schon runter, da alles. Hat's funktioniert? Ja, weiß ich nicht. Ich seine Brust lass. Nein. Ich drehe ihn einmal mit dem... Hallo. Steigt von seinem Moped ab. Ist im... Ist im... Der Motorradfahrer ist in dem... Der Motorradfahrer ist in dem Rockpalast drin. Hallo Kinder! Der Motorradfahrer ist in dem Motorradfahrer. Genau, jetzt hat er den Motorradfahrer zu bleiben. Ich fühlHO H tit in dem dritten Toyo. Oh. verbs healthy creature. Ich bin klub. Ech. Wenn der hier einen trinkt. Der füllste ist dir wieder auf den Angegen. Komm, mach mal ein Foto mit ihm. Jetzt musst du ein Foto machen. Hier, jetzt. Dein Leben hat wieder einen Sinn. Oh, die Buckte. Dem Lina Bikerstuhl. Böse. Plötzlich. Riesel, 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 riesel. Schnitt. Der Motorradfahrer liegt im Bettchen. Steht auf. Es klirrt im Schuppen. Er tut so, als ob nichts wäre. Und plötzlich steht er da und pinkelt. Werrand für Angraines? Set客isch gut, ne? So ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017